Hallo, glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Na, kann man nicht. Okay. Warum? Hm? Warum kann man nicht bezahlen? Ja, weil österreichisches Geld anderer Geld ist. Okay, danke. Hallo, glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Puh, ich glaube schon, aber es wird ein bisschen schwierig. Also, glaubst du ja? Ja, schon. Wieso glaubst du? Ja, weil Spanien... Puh, keine Ahnung. Habt ihr irgendwo mal gehört? Oder keine Ahnung. Hallo, glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Puh, ja, schwer zu sagen. Äh, ich glaube nicht. Wieso nicht? Äh, warum nicht? Äh, ich habe ja nur geraten. Also, einen wirklichen Grund gibt es für mich nicht. Hallo, glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Hm, keine Ahnung. Also, vielleicht nicht. Warte. Warte. Vielleicht. Also, wenn man umtaschen kann, ja. Wieso? Also, vielleicht, weil es auch zur EU gehört, oder? Okay, danke. Okay. Glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Ja, ja. Wieso? Weil Spanien in der EU liegt. Okay, danke. Hallo, glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Nein. Wieso nicht? Weil das Geld aus Österreich kommt. Okay, danke. Okay, glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Ähm, nein. Wieso nicht? Weil es nicht zur EU gehört. Okay, danke. Glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Nein, ich glaube nicht. Wieso? Weil die wahrscheinlich eine andere Währung haben. Okay, danke. Glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Nein, glaube ich nicht. Wieso? Ähm, weiß ich nicht. Okay, danke. Glaubst du, kann man mit österreichischem Euro bezahlen, also in Spanien bezahlen? Weiß ich nicht. Rate mal. Ja. Wieso? So alt? Okay, danke. Glaubst du, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Ja. Wieso? Ähm, weil sie vielleicht den Euro eingenommen haben. Okay, danke. Hallo, glaubt ihr, man kann mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Nein. 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 Wieso nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hallo. Hallo. Hallo, glaubt ihr, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Ähm, nein. 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 Wieso nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, die Währung ist anders. Also, das Geld ist, das Geld gütert er nicht. Okay, danke. Glaubt ihr, kann man mit österreichischem Euro in Spanien bezahlen? Nein, ich glaube nicht. Oh, keine Ahnung. Spanien ist in der EU, sicher kann man. Und wieso glaubt ihr? Weil, weil es in der Nähe von Österreich liegt. Ja, es liegt in der EU. Es ist ein EU-Land, also muss Euro dort auch sein. Okay, danke.